Guten Abend, Gottes Ehren und Gottes Not. Wir wünschen jeder, der gekommen ist und auch die erste Obenstunde hier an dieser Städte. Wir sind nun alle in Bolivien, wir haben uns zum Schein abgeworfen und wir sind auch gesehen an der ersten Städte in Santa Rosita. Wir sind auch sehr dankbar, dass Gott sich dort herbezahnt, dass wir die Versammeln dürfen, dass wir dort fehlen und können sich beziehen und wir sehr gefreut haben und sehr viel Tschinja kommen zum Gläufen. Und sich beziehen und Jesus auch nehmen und dafür sehr, wie Gott sei dankbar. Ich danke euch für die Abnahme hier, für die Anlöding, für die Teffeltruhe und dass wir Gottes Wut hier wieder sein dürfen. Und wir reden damit, dass Gott an dieser Städte reden wird, an dieser Welt. Ich möchte ganz herzlich räuschen von unserer Familie, Bruder Victor Kampen, Er ist ein Plotische, aber sein Name ist Tschinja nicht, Lemke Tschinja nicht, aber wir sind Plotische. Und unsere Familienleute sind ganz herzlich räuschen und sie sind im Gebet für uns, jeder Tag. Unsere Gemeindesleute sind hier räuschen, also wir sind eine Gemeinde, aber wir sind zwei Städte. Also heute sind wir von der zweiten Städte, also von der ersten Städte. Und auch ans Anliegen ist es, als Gemeinde, dass wir ab diesem Ort können Jund auch die Leufgottes wiedergeben, dass wir ab diesem Ort auch können mithalten, der Drittgottes zu büren. Wir sehen uns andere als mit euch, der ein Gott sind richtig. Und wir sehen alle ein Kampf von Gott. Und damit reden wir auch an diese Versammlung. Das Wort, was uns mitgegebt wurde, oder ein von der Bibelfahrt, was uns mitgegebt wurde, wird ein paar Gedanken hier sein. Euer, wie dann, der Predigt wurde, es wurde im Psalm 88, wie mir sehr wichtig, als ein Ältester, uns mitgebt. Der Herr gab das Wort. Wenn Gott sein Wort gebt, dann kann ich ihn nehmen. Wenn Gott sein Wort ans Klo macht, dann kann ich ihn richtig nehmen. Und in dem 15. Vers, das letzte Wort heute, da war es heller, wo es dunkel war. Und wie viele von uns hörten, wird es dunkel, dies da, durch die Sünde, durch die Gedanken, durch unsere einen Welt. Und Gott hat sein Wort gegebt. Und durch das Wort wird es Dach. Da, wo Jesus mit sein Wort an uns Hort nennt, da wird es ganz klar. Und das Gebet und das Wunsch ist, dass Gott kreiftet. Und diese Dach können hier dann, dass wir das Beleben können, dass Häuschen Wut geben wird. Und da, wo es Häuschen Wut geben wird, da wird das Dach an uns Horten. Euer, ich finde, auch, in dem Bibelteid zu gehen, wollte ich ganz klar einmal sagen, weil Gott uns so geführt hat, vor fünf Jahren, denke ich, weil ich nicht ganz genau, was für Männer das war, was wir hier wären, aber ich denke, das ist auch an dieser Zeit, an dieser Ferie. Dann, wie wir hier mit unseren Dachkunden oder ein paar Rampeln sind fünf Jahre vergangen. Gott hat fehlt, verändert an dieser Zeit. Dort wird wir scheinbar gedacht haben, dass es möglich sein wird, dass wir mit einmal nicht versammeln können haben in Deutschland. Und dass wir mit einmal sehen. Dann kommen die Mordsmänner 2020, dann hat es mit einmal, wir dürfen nicht mehr versammeln haben. Und es ist zuerst, dass wir im Sinne uns zuerst, wir hatten Jast, wir hatten von Kanada, die Bräder wären da, und wir wollten gerade versammeln morgen. Und zuerst sahen, dann hat es schon jemand einmal, Papa, der schrieb von der Stadt, ich mache, ich soll keine versammeln sein. Sein Sohn geht nicht. Versammeln habe ich. Ich habe keine Dünn, wo sie wählen, aber woher nicht, wenn ich habe die Versammeln da morgen. Und über die Nacht war ich so, ja, ich habe viel gebetet, ich dachte bloß, was wird eine Wohren gehabt, was wird die Dünn. Wir hatten eine große Versammeln, und wir haben einen Rater Rühm, wir können Geldfeuer, hundertmal in Hand sahen, und wir waren ganz voll, und echt wunderbar, ich dachte so, denn die Menschen hier alle, von wo kommen die alle? Und wir hatten den Bruder Peter, Oberam Giesbricht, wir bei uns von Anteria, vielleicht Jan der Adelie, wir hatten ihn bei uns als Redner, und wir haben meist mit den Versammeln, und ich hatte das Fohren mit einmal, und wir haben das vorgegangen, und wir haben das zuerst. Und wir hatten das an, wir sollen vorgegangen machen, wir sollen alle gut gehen, wir sollen alle in die Höhe gehen. Und der Bruder versuchte dann, ein bisschen durch, wir waren vorgegangen, wir haben vorgegangen, wir waren aufgeschlügt, nein, wir sollen nichts machen machen. Und hier kam ich da hin, die andere Versammeln, es hieß, wir haben alle alle, und wir haben nicht die Irren gelegt, wir haben noch versammelt, wir kommen nur an, da wären wir bei uns zuvor. Und dann war das mit einmal ganz irrens, dann mussten wir uns in deren Teil, dann können wir nicht mehr die Versammeln gehen. Wir haben damit nicht gerechnet, dass es etwas möglich ist. Dann fängt eine lange Zeit an, die erste Mal, glaube ich, wie wir einen guten Monat, dass wir nicht auf dem Versammeln haben, und dann kamen wir da ganz, wie glücklich sind, bis Familie nicht sind, und dann kommen die Masken, ich weiß nicht, ob wir Masken getrocknet haben, hier in der Kolonie. Also wir müssen nicht versammeln, mit Masken sind. Wir müssen vom Gesetz her, wir müssen besuchen, wir werden nicht übernähen, sondern wir müssen 50 Dollar tun. Und die haben uns Geld teuer gesagt, bei uns. Wir haben versorgt, wir haben gebetet, aber einer sieht, wo wir Gott sind, wird wieder sein, wir wollen Gott sind, rückbühen, aber auf der anderen sieht, müssen wir uns auch bewegen und sagen, wir können nicht mehr gewohnt. Und so wie wir immer waren im Kampf, das erste Mal, wie wir so gesehen haben, bei uns war es schon krank, wir waren da nicht geführt, und das zweite Mal, das war dann sehr schwer für uns. Wir haben in der Gemeinde sehr, sehr viele kranke Menschen, wir haben viele älterige Schwester, bei der Friesen ist bei uns hier, die haben wir uns versammeln, wir haben ein bisschen anders, wie das hier, also wir haben viele öle Menschen bei uns. Und wir haben in 2021, haben wir vom September, bis Dezember, haben wir 15 Begräfnisse. Wir haben zwei, drei Begräfnisse in der Welt, wir haben ein paar Lieder, die starfen Tielig, die Bräder starfen Sündach, die Früder starfen Medved, wir haben Tielig Begräfnisse, und haben noch nicht geholt. Und das wird eine sehr schwere Zeit, wir haben eine ganze Reihe Bräder, wir sind richtig gesehen mit Brädern, aber auf einem Begräfnis stand ein ganz allein, ein Begräfnis deines, alle Bräder wären krank, da wäre nicht ein Bräder, das könnte im Begräfnis kommen. Das haben wir nicht erlebt. Das werden Erlebnisse, wo wir sehen, Gott, was willst du mit uns? Wir sollen wir wieder schaffen. Gott wollte, wo heute seine Gemeinde bieten. Er hat uns, dass wir uns aufhängig von uns sind. Er hat uns dort erkennen, wann heute ist der Diatöme und das. Dann ist der Diatöme. Und dann können wir nichts mehr ändern. Und wenn er das Leben einmal beendet, dann ist das Leben aufgerannt. Dann können wir nichts mehr ändern. Wir sind Gott sehr dankbar, dass wir uns dann wieder eine andere Tätowel wirken, dass wir uns dann früh versammelt haben, wir haben alles wieder gewarnt, und wir sind auch sehr dankbar, wir haben sich frisch, alle bezieht, wir haben das Tor fest, wo sich alle Schwestern torfen, und wir sind auch wieder mit Gott, in der Not zu bieten. Unsere Familie ist ein bisschen weiter geworden, wir haben nur Saßbefriede, wir haben nur dritten Grätschen, an dieser Welt soll das Viertende kommen, wir vertrauen, Gott wird die Not geben. Wir haben aber noch drei jugendliche Tüß, durch die Not Gottes, dürfen uns alle im Glauben sein. Wir haben ein Jahr aus der Familie ziemlich schwere Tüß, vielleicht haben alle von ihnen die Mädchen gesprochen, wir haben heute ein Gebet vor uns, dass unsere Dachter so vorgelegt wird, als wir in den Evangelisationsdienst in Mexiko, in einer Nacht, in einer Früh, und dass unsere Dachter so vorgelegt wird. Und ich kann mir gar nicht gut vorstellen, dass was da passiert ist. Wir haben mit der Jugend in Österreich, in Österreich, da sind sehr viele Bäume, sehr strömt Land, sehr strömt Jäden. Aber es sind sehr viele Bäume, jetzt werden sie mit der Gruppe, mit dem Bicycle, mit dem Bicycle, mit dem Bicycle, und so wird das ganz letzte von der Gruppe in irgendetwas erst gekommen, die mit dem Bicycle, so über den Kopf geschaut, und mit dem Kopf, auf den Galsnapper, und dann wird sie aufgeschaut, der doch nicht ist so wie dort. Aber sie wird dann mit dem Helikopter zum Hospital gebracht, und sie lacht dann viel wert, meist viel wert, sie lacht so im Koma, wo sie immer nicht wissen, wo sie durchkommen, oder wo sie sterben konnten. Aber dann haben sehr, sehr viele Geschwister gebeten, weil das gerade passiert, dass ich in Mexika bin, wie das in der Gemeinde wurde bekannt, in Deutschland sowieso, und ihre Geschwister haben viel gebeten, und das war für mich dann der Rat der Anfechtung, wie, warum Gott so deutlich, wo wir doch an seinem Deinem stünden. Jetzt sind dann, wir sehen nicht Verscheunung, und es war schon vorhin, und wir doch endlich, heute wird das bloß Gott gemeint, muss Gott auch bloß sehen gehen. Aber wir machen das Ertanen, Gott darf uns manchmal auch sehen, wann es an seiner Schub geht. Wir haben nicht Angst, wann sie sterben wird. Wir haben nicht Angst, wann sie mit einmal heimgehen, weil sie Essenchen Gottes und sie hat Freude schätten an dem Herrn. aber das braucht ja eine Tät, dass wir uns in der Götze in der Hand einmal behen, und sagen, ja, Vater, so, als du wärst, so, ist es schön. Als sie dann nach Hause kamen, dann sehen die Doktor, das ist ein sehr gerätet worden, er verstand das, sehr verschlagen, aber wir den ganzen Knoten von der ganzen Reich der sie drüben genommen. So, ich sehe die Doktor, wir wollten nicht, ob sie das Wort oder die Feucht oder wie das Wort klar denken können. Das hat sehr lange gedreht, aber im Juni, wo sie dann die letzte Operation wurde, eine Platte nähergestalt wurde, eine Plastikplatte, und sie hat dort erst auch Geld geholt, und von der ganzen Tag sei sie sehr, sehr dankbar. Sie ist ganz geschätzt, so weit geworden, sie können weiter schaufen, sie können nicht kommen, sie können nicht richtig, aber sie ist eine Gemeinde, am Dünn, war da, und sie sei sie sehr, sehr dankbar für. Sie können ganz klar denken, sie wollte ihre Entscheidungen, und sie sei sie sehr dankbar, oder Gott sei geholpenhaft, aber auch jeden Fall, wie dankbar sein, wer da mitgebetet hat, während sie mitgedroht hat. Gott das Wunder. Gott das Wunder, sagt die Bibel, im Himmel, in ab Erden. Das das Wunder ist nicht, wenn ein Mensch, der ein Exzident durchschämt, in einem Leben blieft. Das 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 Wunder ist nicht, wenn ein Kind träfft krank und dann gesund wird. Das 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 Wunder ist, dass die Kräuter Gott im Himmel uns zu seiner Künge Mögen det. Verlorene, verdammenswerte Sünder, nimmt Gott Rüte und den Sampf und staltet ab den Gnodenbaden. Das ist das ganz geratste Wunder des Glaubens an Jesus Christus, da wir Leben und Gott haben und wir dürfen zu Gott gehören. Gott hat sich über uns erbohren und seine Läufe. Dort ist das geratste Wunder. Gott will uns wie sich haben, in der Ewigkeit, wo wir seine Herrlichkeit geworden sollen, wo wir Jesus geworden sollen, wer es heute ist, und dann noch ein Möger. Da steht geschrieben, und dann wo wir sein, so es heute. Wir wollen arm anschauen und sein Angesicht, im ersten Johannesbrief, im 3. Kapitel sagt die Bibel, und wir waren arm geliebt sein. Wir waren so sein, so es heu. Dort ist das geratste Wunder. Wir reden in dieser Obenversammlung, dass Gott sein Wort wird geben, und alle an Hörden ist China ausgenommen. Wie Allah, dort wird wir Brücken, wir Brücken Gott. Wir Brücken Jesus, das China hat genommen, die kleinen Jungen und die Ältere haben. Wie Allah, wir Brücken Gott. Wir haben die erste Predigt im Lukas Evangelium von Kapitel 6 von 1 Kapitel lesen. Wenn ich diesen Aufschnitt lesse, wir haben viele Bibelstellen , wenn wir denken, Matthäus Evangelium von 13 Kapitel, da geht es immer um Gelegenisse. Also ein Gelegenisse ist, wo Jesus ein oder zwei jäselige Wahrheiten ans Wichtliche vermuten. Ein Gelegenisse ist, nicht die ganze Liebe von Evangelium. Ein Gelegenisse ist, nicht die ganze Openbohrung über Gott. Das ist bloß immer ein Poziden, wie es Jesus tut. Aber von da lesen wir nicht ein Gelegenisse. Da steht nicht geschrieben, dort regt Gott es gelingt mit Ihren Wort. Da steht geschrieben, Jesus fängt an zu reden, heu seicht, dort wir ein Mohn, dort wir ein Ritja Mohn. Lukas saß fielen, doch kamen die Hunde und leckten ihm seine schweren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und ward begraben. Als er nun in der Hölle und in der Qual war, hob er seine Augen auf und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach Vater Abraham erbarme dich mein und sende Lazarus dass er das äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach Gedenke Sohn dass du dein gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus dagegen hat böses empfangen nun aber wird er getröstet und du wirst gepeinigt und über das alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt dass die da wollten von hin 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 ab fahren zu euch könnten nicht und auch nicht von dannen zu uns rüber fahren da sprach er so bitte ich dich Vater dass du ihn sendest in meines Vaters Haus denn ich habe noch fünf Brüder dass er ihnen bezeuge auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual Abraham sprach zu ihm sie haben Mose und die Propheten lass sie dieselben hören er aber sprach nein Vater Abraham sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge so würden sie Buße tun er sprach zu ihm hören sie Mose und die Propheten nicht so werden sie auch nicht glauben wenn jemand von den Toten auf stünde aber hier einmal das Wort Gottes also wir haben hier zwei Menschen zwei Männer die wir von das betrachten wollen wenn wir beten dass wir dann nur öffnen dass Gott uns die jesli Wahrheit offen bohren hat was will er uns dorthin sein ich würde uns mitmachen weil wir das hören dass wir erst den ritten Mann an kicken und zwei von beiden sieben einmal von sieben so lang aus heu ab ird wir und dann wird mit am passiert aus heu an jane sieht wir aus heu ne ne n jeng und dann wir den omen man ans schreven steht jesus erwähnt nicht sin nomen jesus sag nicht an da steht oder ab da steht du lebt ein ritter Mann in die hod dessen in jane fern nomen nomen in diese welt ist jetzt so wie wird wir das unter folge hören von uns wird nicht gered ob wenn die große Männer sind wird besondere Unsinn haben da wird immer gesagt weil sie heute haben ein professor oder ein doktor oder ein ingenieur oder noch irgend also sie haben einen titel und einen numen und alles wird eine welt wird sein haft das will einen numen haben wie Gott ist anders von diesem Mann habe ich einen numen nicht interessant wir wollen danach reden kommen wird von ihm gesagt wird dass er ein sehr gered leben fern leid er hat von allem voll ab also die bibel sagt hier er hat ein gröte drittum es wird nicht wie viel jeld es wird nicht wie viel land wie viel acker es wird nicht wie viel tier die hat aber Gott sagt hier in seinem Wort er hat ein gröte drittum dort was er hat was er hat alles was er an wir dass wir alles zu seinem schauern gönnis also sind die leid dass wir seien die wo ich wot er hat seien die die hat er an in seinen schein gönnis wir jeder dag in diesem richtum ja ab hüdig würde wie sein zu schwelgen also einfach in das richtum nennt er in jeder dag immer meia an meia von das richtum zu haben und damit sein Leben auch gut zu machen wir können uns verstellen dass das mensch das mon hat viele freund in dieser welt wir sagen das auch in lukas im 15 kapitel also ein kapitel vorher da wie ihr seien von seinem vorderwache gönnen hat auch ne grotes sam geld mit genomen und solange als er das hat dann hat er ein schein gönnis in dieser welt mit fleisch mit ugen last und hat viel freund an sich dann werden die freund nicht mehr zu sein das rechn mon wird jeden fauls viele menschen geholt haben wird am gönnt müll gerät haben weil sie versprüche sich alle irgend von sin ret tun und jeder einer wird mit am taub werden die versachen doch müll zu reden und die hoffn nicht dass sie das nächste mal wada können an sin ritten das eben und dass sie war da er schön können haben die tit vertrieben dem oben verbringen mit am mit was auch immer wird das gewas sein hier steht geschrieben er lebt alle durch harrlich und er hat viele anhänger viele die Gemeinschaft gieren haben aber dann steht von ihm geschrieben er starb und er war begrüft wundert die dort ne weil starben war wie alle ab es lot ist am hundert jahr sei alle nicht mehr hier hier steht geschrieben jesus sagt er starb und war begrüft die lebt die blüft nicht tun für Rittum die blüft nicht tun für uns die blüft nicht tun für einen gelden Raub oder Geld oder Frins der däut die kämpft bei jedem und Rittum aber bei diesem richten wir etwas besonderes weil jesus sagt hier er starb und war begrüft er kann mir verstellen dass ein sehr großartiges Begräfnis wird gewachsen er kann mir verstellen dass viele von Witen bereit waren gekommen und auch viel gaudet haben gesagt haben dass er so viel hat an immer war mit sin Rittum Gaudetid geschenken er kann verstellen weil seine Familie rät der oe hier wird an auch Gaudet Müll gerät und die schlank wie mal ein Pastor und der sieht nur nicht wird mehr gelogen außer Begräfnis also den gesagt wird eigentlich nicht tot getroffen aber ab dem Ort versägt man nach dem was tritt geblieben sind zu trösten also das wie hier noch was an dieser side passiert was wir aber mit haben die Bibel mag uns ein kleines bete der ob dass wir dürfen der schicken eine Ewigkeit nennen da steht geschrieben he mag die Augen ob eine Haal die Bibel die weist uns in Unerscheid zwischen der Däudes Rüch wo die jahne abbewort worden wo nie all eine Ewigkeit sind die verloren sind aber dann auch zwischen die Haal wo die ewige verdammnis sind in Deutsch steht was hier genannt wird die genannt sich in dem griechischen Scheol also der Aufenthalt der Ort wo die jahne abbewort worden wo die verloren sind interessant dass die Bibel an sie seien det du es schöne Tiet wäschen hier steht geschrieben er starf er wird begrüft von Pirafens wo nicht sagt ob er ist und der täud ist dann mögt er die Augen ab was passiert mit ihm da steht er schreven er hat gejewelt von Wut Jesus sagt ob eine steht du stoff der war nicht du es ein gejü sagt he geheul in den zähne klappern das hat die ganze quale was da ist dass der Mensch von Gott verschmeten ist das ist die jahreste quale die Bibel verlegt das von dem brennenden vier wo die quale in sauer grüß sind er schlug die ogen und das erste was er sperrt wird diese quale hat wir im däudes reich hat wir in hal was beteignet ist wird auf jeden fall noch nicht die endstation anzlade erkennen dass er noch reden kann zu abraham und das wundert mich weil wir haben keine erklärung dafür wir machen das stunden luten also die ist wir können das nicht grad die lukken ob er sitzt dort auch ein anderer däudes ist und er kann reden er hat klaren verstand er sind gefeuert wie du und er hat eine Welt geholen dort ist dort was Gott uns nicht gelacht hat Gott hat uns ein Geist gejew Gott hat uns eine Seil gemocht wo er nicht sterben kann wir haben den frühen Wellen gecrehen dass wir uns für Gott entscheiden dürfen und das dürfen hier in diesem Rhythm sein sein Well wie auch du noch ganz klar er kann entscheiden er kann sein Enttäuschstund nicht mehr ändern aber sein Wellen kann sein er riet zu Abraham und er sagt hier in dieser Kohl kann einmal jemanden schicken meine Brüder dass die gewohnt worden war nicht möglich es dass Lazarus nicht kommen und meine Läppen einmal schicken mit seinen Fingerspitzen war nicht möglich es dann er hat einen Gonen tritt ab ihr mein Vater hat fünf Brüder und die sollen nicht an diese Städte kommen also sehen wir dass seine Brüder gerät können wollen was war am für eine Antwort ge 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 abram sagte am do wo du nie bist do es nur schmalt zu ändern Lazarus kann nicht kommen er kann ab den Bären nicht gehen er kann den Menschen nicht erfüllen in Ewa dort ist zwischen uns und Jund eine große Kluft das in grüter Groven befestigt da kommt schon von Jund Ewa eine An von Ewa Jund dass heute das Himmel steht wo das Däudes ist getrennt für die Säule und die Anseule für die die nicht getrennt die ist getrennt wenn wir dann über Lazarus schicken von Am steht geschrieben da wir ein Oma mon ich wollte nicht wo Oma wir wollten nicht auch eine Familie hat haft wir wollten nicht worum hier um gewusst ist dass Menschen die beschuldigen andere wenn die um sind und die haftet nicht betre gewollt die selbst schuld das kann sein dass eine schuld um sind das kann wir sagen dass was andere kommen ist hier wie ein so er ist und er hat einen Tag um seine China sein Feu sein Lund alles wird genommen auch seine Gesundheit er geht um er nicht schuld um das kann sein dass eine gewisse schuld ist vielleicht sogar von Menschen das wird hier nicht gesagt aber was uns wichtig sein soll sein Nomen wird beteign sein Nomen steht in der Bibel er steht geschrieben Lazarus wie in Urmammon was bedeutet sein Wort weil eine Bibel hat besondere Bedeutung die Bibel die wissen das Nomen wo wir dürfen an horchen da rät Gott das Nomen was bedeutet Lazarus Lazarus hat so viel Gott hilft wir können das sagen Lazarus hat so viel Gott ist meine Hilfe er redet mit Gott in seiner Umheit er wisst das hier wo ich sie es Gott in hoi Regen in seinem Leben dort Gott am halten wird wer will freiwillig um sein ein Mensch ob wir um was soll heute tun sie Nomen die sagt uns sehr viel ob ich will hier ein Klimas auf von Lazarus und will die einmal diese Frage stellen was dreist du für Nomen nicht Päuter oder Reuter was für Nomen dreist in dieser Welt aus die jünger jesus kommen und am seien wir sind sehr dankbar die böse jäste sind uns unjadun mit ein grönte Wunder in denen nomen nomen sagt jesus däure brücke und nicht freien worüber sollen sie freien dort ihre nomes im himmel geschrieben sind dort ist ein gründ dem freien wie gott ist alles oben boah da sei wir nennen geschrieben dann wenn wir jesus angenommen haben aus unserem helland und an dem dag wo wir jesus annehmen aus unserem helland von dem dag on woit wie dort ans nomen steht wo geschrieben kreiten donnt wie oben wie was sind kreiten donnt wer wir schuld wie dort wie oben sind wenn wir wollten dass jesus ans helland ist dann betachen wir auch dass ans nomen im himmel geschrieben ist lazarus hat so viel gott es meine help ab gott saht eck min vertrien et je hier te gott sind to stund und diese sieht wir jedenfalls nicht him aufjanzig sind wer will mit dem omen tischen wer will an seine schönen stehen wer will seinen rock treiben wer will seinen oldach dolen was läuft am eber was soll he do he so die gemeinschaft be dem reten das kunde nicht nennen worum he wird omen und dort wird noch krank hier steht geschrieben das wirkt ganz voll schwer und dort kommt wenn menschen arm sind und wenn menschen hungern dann waren die krank meine älteren haben eine christ in russland in 40 jahren 1940 grünlich gehungert so sie werden nicht krank meine mama hat keine hohe auf den kopf dass wir blöd rauf von Elise gefräten arm hat bringt krank hat arm hat dörf sprach da steht geschrieben an abrahams schoß gebraucht das hat wir ganz spie bei abrahams und jesus rät das der jüden und für die jüden wie abrahams wird gerät abrahams verträgt abrahams verträgt abrahams sie sehen wie abrahams schenner wie scheinbar nicht was gelaufen war wie abrahams und Jesus das hier sagt das oma lazarus was an das sieht keine beachtung hat was an das sieht nichts anderes hat als die gemeinschaft mit den hunden ver wird als hier sterben wird dann wird er von den engel gottes in das himmel rät gedrückt nur abrahams und abrahams seine nähe von lazarus wird nichts mehr gesagt allein diese woher hat dat lazarus an abrahams seine scheld saht ganz die spiebe abrahams wir allein diese übse von heiligen schrift die latans erkanen doa wie die säilig t voll koumen doa os heilig ish von den engel abrahams an scheld gesaht doa wir die säilig schaht voll koumen von am lees wie nisch meia dat heil wens haut heil hat schoinge brache meia heil schoine krankheit meia heil schoine einsam schaht meia heil von schoine üt gestaht meia heil ongenomen in seiner lebens instellung dat heil seht gott es meia halb et saht min vertruyen ab gott me halb wot dat wier in erfüllung gegone sin gläuven wier nicht schoinge waren sin nomen hat dort bestätigt wat heil leift hat levet heil dat wo du fin dag so obe se leuven ist dat wosch du keine eib schoine no din gläuven wosch du gerat oder no gott gerächtet en hoi hat sin vertruyen ab gott gesaht nu wie hoi an jans sieht wie hoi eine vollkommene seligkeit angekommen nu riet hoi nicht meia von am wot nischt gesaht wat hoi wat seht bläß abraham jeft ans zeugnis abraham seht dem ritten monast seht schaht doch abraham lazarus dat hoi dem finger am wot soll tauchen in mine leppen einmal beschmehren dat mine leppen nicht seht brennen nu stahl wenn es dat einmal fährt os se und dit seht wiren dan chémat am dat nicht dat lazarus do lach dan hoi nie eine jedeige che lazarus in sin hüsen enteluten nu wir am dat nicht mul eglich dat dat lazarus met einmal am o fuken wud met sin finja und dan reit abraham abraham seist wud du hast dine gode do gehot und du hast alles gehot lang as du do wirst lazarus hat nisht nu wud lazarus getröstet lewe frend wann wie ans vertrauen ab god seht jeder dag jede stund jede ugenblick dat wie met god reken dann weik we warum die bibel seht wir haben einen god allen trostes dann konnet lech konen konnet schwa konen dat jede geltet utkommene emkommene haben oder wen ja dort ändert dat nicht wann wir ans vertrauen ab god seht dann hab wir einen god der trösten det der sin wo der sin jes an dan dan no kano lewe shit der tröst an jane seht es nach immer ganz wat also lazarut wort getröstet os der riche mon dann seht am oder seht einem von dem duden rich seht den min bruder dat die an seht seht dat sie nicht n des sted koumen dat sie seht buse dönen dat sie seht gerat wahren die riche mon die verstand mit einmal wat buse wie düsende menschen ranen dat diese welt en die lachen do ewa wans dat wo hiren en seht verstand er hebt nicht wat dat bedient dat wer soll den buse den en wer soll sich beteeren dan seht seht ins noch et wot verdiest der eit chem studen tem is eb an e frü wer soll sich von do gen noch beteeren wer red davon lazarus wisst ganz jene wat buse es solange os hiren des seht wie schien dat seh wisst nicht wat buse wie he chanduk nicht mose en de propheten oba os he do wie dan wisst hiren wat mose jese tot en dan wisst hiren wat de propheten jese tot he wisst ook wer abraham wie brug dan scheine dit abraham sagde taam haben se don se mose en de propheten nich hirchen da wo er so nich hirchen wane vana vana de dutje absteht dat geratste es andan ook te chlien dat konze problem dat konze elend wat we seien on deze twee personen on deze twee mannen dat is an se endstelling en des welt solange os wie ohne gott leven ohne beteerung ohne gläuwen ans numen nich am lebens buch geschreven es vi haben tröust ans leven jäht dat rand auf ans leven wordt aufgeschlucken en dan go wie en e verdommnis nennan dat zacht dat wo dat andere sied es soba wanne we an ons leven bedes ich noden tiet wat we haan se tietig aus det jäht gott sinna hund es utgespräut gott sinna hund es door en jesus christus he haft jesus gejevt in diese welt en jesus saith van zich selst et si de war het et si dat leven c' na chémt im vorder ohne mi vi brocken jesus christus en jesus se vi tröstet en jesus havi einen nomen der blieven det dan jettet nicht me an min ird genomen dan jettet doram dat jesus dat lom gottes wat de rast johon gottes es die wo mi einen nomen geven wat op mine stieren wat geschreven sen so sacht ons die offenbarung dat is dat geheimnis wat we hamen dat is die not wat we haan wan we an jesus geloven wenn god in ons leven god geworden is wo da geworden is ober wan nich dan go wie uit ene disternis en de andre disternis nenne en die bibel sacht die äußerste fünsternis en dat jett nicht om physische disternis wo we no seunen dat jett om die moralische disternis dat jett om die jeslige disternis die bibel sacht weet auf ferne von dem angesicht de gottes wan wie blöds vom boven wo den chicken da wo wir seien alle ober kommen im himmel und alle rittgen verloren stemmt dat wotet so sen ne ne Lazarus wie nicht im himmel oder wie abraham weil he ober wir in die rittgen mon wie nicht am döden ritt für die ansäulie weil he rittgen warst wir dort wie nicht dort bloß er leben oben bot ihre anstelling to god dort oben bot erleben der rittgen mon wo cain nomen nicht hat bi god ab irden jo ober bi god nicht hoi saht siet vertrien ab dort wat hoi doon hoi ich wotet nicht flechhafte jok alles von sin gröspapa oder von sin papaya erb flechhafte jok der ich ober dut verdäunt koi uxen kann me nicht verstanden ober flech dat wot we nich ober igenglich jenke doram dat jesus wisen dat die wat an dem ort van de ansolje es die ester nich wil her rickwe die ester dorans hoi woi hau gott sin hoi nicht gesoin haft woi hau gott sin hoi ut geschlossen hoi de andre ober hat gott sin hoi gesoin he horde jerepen en hau seet gott is min help ab am sa te min gong set vertruyen lai wat her wie ola wie brocken gott et seet ab an an fang we brocken we brocken licht we brocken dat licht an jesus christus in dat jef schoine rading büte am in dat jef schoine säulich büte am in wan wie hier so lang os wie ans leven hauen wan wih hir nis te de klo koum wan wih hir nis te de be koum dan wo wih dat an jan zid choy moll wul du es nis to ender an jan zid jet nis schmoet ender abram sa sicht dem mond du es nis schmoet ender nu jet blöss ut d d van an van de jan dag wot sen wo dat recht wot geäuft woren van god ober vod janje wot er vertruyen ab die not gesaht haben en jesus christus wot er leven jesus an vertruyt haben t im do wo wih so sen vergat gekomen wo wih sicht hab en mi es nis goudet et si om batel om en mi es nis gesundet et si krank jesus krank bat ab kno kis bat ab min hort bat ab min gedanken si krank do se en schweren do do schwert do s med te ben dat is de bild vir de sinde dan wos jesus ans rehen met sin blöd wer sine sinde becaunt dan es jesus truh ingereicht na ich verzei uns alle an sin jesus kapitel einfach schnee jesus mag ans jes liche sind in wo wir jes lich um geworden sind in jesus alles gefunden haben wo wir ewig seilig leben aber wo wir in dieser welt rich in uns selber sind wir brücken nicht unbedingt eine million dollar haben viele menschen haben bloß 100 dollar in meinen dat sie in ihrem hohen doch rich sind sie laufen an sich sie vertruhen sich selber solange als wir rich in uns selbst sind mit unserer selbst und religion wo wir in aller ewig leben und sterben wählen mag wie gott hat die wohl getroffen gott hat die wohl getroffen für die und mich gott will haben dass jeder einer von uns soll gerat worden wie man wählen wenn du von mit mit graute gewissheit sein kost ich wollte meinen nomen steht im lebens buch geschrieben dann will die jes gottes die mögen die leben ganz gott hand ergeben im vertrauen ab sie nicht not schritt für schritt und wenn du von an angewissheit bist dass du nicht weißt wo du hange hast dass du nicht weißt wo du hankommen wirst dass du nicht weißt wo du stehst und wenn du in dir deine Sünde sitzt und wenn du in dir deine Schwachheit sitzt in deine Krankheit dann sagt jesus matthäus kapitel alf achent wintig alle die da meid sind und beloten sind kommt nimi die noten tit ist du wir wollen nicht ab morgen aber von da ist du und hier in dieser versammeln wo Gott sin word gepredigt wird du ist jes unja ans und ein schauft an ans oder der jes gott es schauft an ans und du am sauvend darfst du von dag zu ober diese Entscheidung treffen ob du jung oder alt bist du darfst diesem schritt dönen nur jesus in einem leid sing wie jesus nimmt die sinder an amen